Hi Leute, wie ihr sehen könnt, sitze ich in meinem Auto. Ich darf wieder fahren. Wie ich das geschafft habe? Mit Dustin von der Firma Sedura. Tja, wie habe ich mich gefühlt vor meiner MPU? Natürlich scheiße. Ich bekam die Auflage und wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Über Facebook bin ich dann auf Dustin aufmerksam geworden. Er hat mir geholfen, die MPU sofort mit nur 6 Monaten Abstinenz auf das erste Mal zu bestehen. Ja, was kann ich von Dustin sagen an seinem Kurs? Ihr spart euch eine Menge Zeit und eine Menge Ärger. Denn das ständige Hin- und Herfahren von euren Freunden zu irgendwelchen zweitklassigen MPU-Vorbereitungskursen, dies spart ihr euch alles. Mit Dustin läuft es alles unkompliziert. Ihr telefoniert, ihr chattet, ihr schreibt WhatsApp, wie auch immer. Er bereitet euch wirklich top vor. Er kennt die Antworten, er kennt die Fragen, er kann euch genau sagen, um was es geht. Ich kann ihn somit wirklich zu 100% jedem nur empfehlen, der in der gleichen müsslichen Lage steckte wie ich. In diesem Sinne, haut rein, geht zu Dustin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020